hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die in der alpha 19 ich hatte mich hier gestern auch gestern hordeln noch dann nur in horde base hatte versuchten live stream zu bisschen semi semi gut gelaufen ist ich dachte schon so steine messing ah ja ausschalten ausschalten steine ein machen die ich jetzt mal ganz stark davon aus dass 100 minuten auch nur noch einen aber das noch mal mit rein gucken wir mal ob es ein bisschen was neues gibt ich würde mir hier so ein bisschen munition rausnehmen noch ja schießpulver haben auch zwei spitzen da schreibt mal Moin Der Fire Gaming Da haben wir noch Der Windermann Oh, Let's play, ne? Machen wir So Ja, Moped haben wir jetzt auch schon, ne? Ja, da ist mein Moped Wollen wir noch einmal gucken Mal Mal hier So Verändern Dafür Dafür Schmeiß Mal hier Zack, zack Mal hier noch einmal bei Mods durch Mods gibt Mal hier 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 Tag 67 Bisschen blöd ne, wenn man mehr 1, 2, 3 machen will Dass man dann immer so Tagessprünge böse sind Kommt man hier rein, dann ist auch einmal Tag sowieso Leute decken sich dann, äh Gibt glaube ich auch ein bisschen Ob ich jetzt Dann machen, damit es nicht so dunkel ist Ein Schluck Kaffee schlabern Freitag mal hier, wenn es wieder drin ist Autos müssen abbauen Dann noch mal gucken, dass wir halt Leute hier Wie auf Eiscuit Aber dann kommt, oder der nächste Weib kommt Müssen wir mal ne Mod mit rein nehmen, wo die Autos wieder spawnen So Hier war ich Freude heute noch drinnen Eigentlich hinholen Was uns irgendwo des Evans ging Bei meiner allerersten Spiel Bin ich hier Und Weiß nicht Irgendwie ist gerade danach auch Also Irgendwie auch keine Schläge. Ja, hey. Oh, auch noch die Mama. Auch noch die Mama. Mama, leg dich. Bleib liegen. Gut. So. Ich glaube, hier war noch gar keiner drin. Wir haben uns jetzt auch entschlossen, dass wir dementsprechend so die Finger im Schrank zum Beispiel Blatt aus der gute Freund hier die kann man einfach nicht kennenlernen. Die müssen halt nur Autos, die braucht man halt. Sie hier auch ein bisschen Messing mit Freund vielleicht. Nur ein. Ja, ja. Komische Akkuschrauber, der ist halt neu, ne? So, warte mal. Genau. Ich fühle mich jetzt vergessen. Auch so? Also, wenn man mal keinen Platz hat, ne? Kann man die scrappen. Aber eigentlich, wenn man die würde, geben die eigentlich mehr Material. So einschmelzen, ne? Nehmen die mehr Zeugs raus. Eisen. Also, wir haben ein kleines Messingproblem bei uns. Marana. Ich bin glücklich. Bezielt. Wäre das vielleicht besser aussehen. Irgendwo ist hier noch ein kleiner Wolflein. Hier wäre eine vollzumierende Schimm. Ich weiß jetzt gerade nicht gleich, wo der hier auftauchen wird. Die nennen wir ganz kurz. ganz kurz hier. Hohemachen. Hier ist schon in der Butze. Alter, Farahner Wolf, ne? Aber... Oh, das kriegen wir so, ich würde das... Die Sachen, die da halt nicht stecken, ne? Ich bin glücklich. Keine Ich bin glücklich. Ne? Du hast ables. wenn ich persönlich davon nicht viel rauskriege, habe ich immer noch besser, wenn das nicht ja gut, da hinten dran würde interessieren, ich werde doch nichts rausgeben ja, was könnte da sind ich gerade gar nicht so da sind 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 völlig davon aus da sind 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 das ist 9 die hier geben auch mittlerweile missing da sind 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 Der Hamarot ladt ein bisschen Holz. Ah, nee, halt. Stopp, was heißt hier? Fett. Ja. Ja. Fiky. Auscheck. Check einfach nur wegen der Jacke, ne? Dann hat er kaputzt. Ich weiß nicht, warum ich drauf geschossen habe. So viel Punitionen überflossen haben wir auch nicht, ne? Airdrop. Kein Luke. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Okay. gerade mal richtig kalt war kaffee wirklich nicht wirklich hilft uns hier ein kaffee das ist natürlich mal So, aber aber aber. Da war alles nice. Sehr schön. Gucken wir mal was wir hier noch so schönes reinpacken. Heizungen gab es hier nicht. Heizungen gab es hier nicht. Nein. Nein. Das war's. Das war's. Auch schon. Das war's. 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 Oh no, nah, bitte. Alles gut. Beste. Hier, man, man, man. Angst. Das lassen wir nicht. Auch reinschauen. Kann ich. Äh, ich bin gleich wieder da. Ich will. Wasser. Was ist das? Jetzt ehrlich. Nicht einfach so. Ich will das erstmal nehmen. Warte, warte. Warte. Ja, du bist hier. wird es laufen macht man nicht würde ich gleich wieder zerlegen das hat noch papier das ist ich ok der hat gelegen hat der uns jetzt gehört und ich würde sagen das war's für heute ich wünsche euch einen schönen tag und schön ich hoffe die folge hat ein auch schon bei der striker